Die USA und Iran üben sich in gegenseitiger Vergeltung auf irakischem Boden und europäische NATO-Soldaten drohen dort zwischen die Fronten zu geraten. Welche Konsequenzen Europas Regierungen daraus ziehen, zeigen wir in dieser Sendung und außerdem. Im Visier, warum Österreichs neue Justizministerin Sadic von rechts außen angefeindet wird und auf dem Teller, die ein französischer Sternekoch jungen Arbeitslosen eine Perspektive gibt. Liebe Zuschauer, guten Tag. Wie die Europäer herumlavieren im eskalierenden Iran-Konflikt veranschaulicht auch ein Satz des luxemburgischen Außenministers Asselborn. Der hat heute früh im Radio gesagt, die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA sei so wörtlich nah an einem Fehler gewesen. Eine interessante Kategorie, oder? Weder falsch noch richtig. Nein, nah an einem Fehler. Eine Wortakrobatik, die sich auch auf die ohnmächtige Nahostpolitik der Europäer übertragen ließe. Denen bleibt auch nach dem iranischen Vergeltungsschlag von heute Nacht nur der wiederkehrende Appell zur Deeskalation. Und dann ist da noch die Sorge um ihre im Irak stationierten Soldaten. Gerd Anhalt. Der General, dessen gewaltsamer Tod am vergangenen Freitag die Lage so krisenhaft anheizte, er war noch nicht unter der Erde, als das iranische Staatsfernsehen kurz nach Mitternacht unserer Zeit die Raketenangriffe vermeldete. 80 Terroristen, so bezeichnen die Iraner neuerdings die US-Truppen seien getötet worden. Außerdem hätten die Boden-Boden-Raketen erheblichen Schaden an amerikanischem Kriegsgerät angerichtet. Der Tag begann in Teheran mit einer Ansprache des Ayatollahs. Man habe den Amerikanern einen Schlag ins Gesicht verpasst. Sie seien ein Quell der Korruption und müssten die Region verlassen, sagte Irans oberster Führer. Zu dieser Stunde lag bereits eine Twitter-Botschaft des Gegners vor. Alles ist gut, schrieb Donald Trump. Wir schauen uns den Schaden gerade an. Wir haben das stärkste und am besten ausgestattete Militär der ganzen Welt. Nicht nur auf den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad westlich von Bagdad gingen Irans Raketen nieder. Fünf Geschosse schlugen unweit der Stadt Erbil im Norden des Landes ein, wo auch die Bundeswehr einen Stützpunkt unterhält. Obwohl dort zunächst keine Todesopfer und auch keine massiven Schäden gemeldet wurden, die Eskalation betrifft auch Europa. Im Kampf gegen die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates haben sich gut 80 Nationen zur Anti-IS-Koalition vereint. Viele Europäer haben, so wie auch die Deutschen, Soldaten in den Irak geschickt. Italien 1000, Frankreich 200, Norwegen 70, Dänemark 130 und so weiter. Ähnlich wie ihre deutschen Kameraden sind sie meist als Ausbilder der irakischen Armee tätig. Diese Mission ruht nun erst einmal Sicherheit geht vor. So sind die Europäer zwar präsent in der Gefahrenzone, aber ohne Einfluss auf das Vorgehen der einen oder der anderen Seite die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen musste in ihrer ersten schweren Krise erkennen, Europa bleibt wie so oft nur der Appell. Nicht nur die Region ist betroffen, sagte sie in Brüssel, sondern wir alle. Der Waffengebrauch muss aufhören, um Raum für Dialog zu schaffen. Aber der Raum für Dialog wird am Persischen Golf mit jedem Tag kleiner. Ja, der Raum für Dialog wird kleiner und das Kontingent der im Irak stationierten Soldaten aus europäischen Ländern ebenso, Stefan Leifert, in Brüssel. Nur vorübergehend werde die Ausbildungsmission gestoppt, betont die NATO heute. Aber glaubt man wirklich noch daran, dass sie in so naher Zukunft wieder aufgenommen wird? In naher Zukunft vielleicht nicht unbedingt, aber in mittlerer Zukunft schon. Es gibt kein europäisches Land im Moment, was die Anti-IS-Koalition grundsätzlich infrage stellt. Man darf nicht vergessen, dass diese Anti-IS-Koalition ist mehr als eine rein militärische Angelegenheit. Es ist auch eine diplomatische Plattform, in der sich, wir haben es im Beitrag gehört, gut 80 Nationen zusammengeschlossen haben, von den Amerikanern über die Europäer bis hin zu vielen arabischen Ländern. Und allein diese Tatsache, dass es hier eine Plattform gibt, auf der Dialog und Gespräch zwischen all diesen Ländern stattfinden kann, das wird man in dieser krisenhaften Situation nicht einfach hin aufgeben. Deswegen ist das, was wir im Moment erleben, nur ein Teilabzug. Nehmen wir das Beispiel NATO. Die NATO hat 500 Kräfte im Land. Die Hälfte davon ist jetzt erst mal außer Landes gebracht worden, nach Jordanien und nach Kuwait. Die andere Hälfte hat erst mal nur Bagdad verlassen, befindet sich jetzt in anderen Regionen des Irak. Aber all diese Kräfte sollen zurückkehren, sobald die Sicherheitslage das erlaubt. Sprechen wir mal über Europas Einfluss im gegenwärtigen Konflikt zwischen den USA und Iran. Übermorgen kommen ja die EU-Außenminister zusammen. Wird denn schon so etwas wie eine gemeinsame diplomatische Strategie erkennbar? Strategie ist vielleicht als Begriff etwas zu hochtrabend. Das überschätzt, glaube ich, die Rolle der Europäer in diesem Konflikt. Aber das Ziel des Treffens am Freitag ist ein Doppeltes. Zum einen will die Europäische Union Geschlossenheit demonstrieren, allerdings Geschlossenheit hinter einer nicht besonders starken Position. Die beschränkt sich auf Appelle und Aufrufe zur Deeskalation. Man will jetzt alle Gesprächskanäle zusammentragen, die die Europäische Union vor allem in Richtung Iran hat, um zur Deeskalation aufzurufen. Und das zweite Ziel ist, den Iranern klarzumachen, dass die Europäer unbedingtes Interesse daran haben, den Atomdeal aufrechtzuerhalten. Der ist zwar im Moment de facto tot, weil er ohne die Amerikaner und ohne das Aufheben der amerikanischen Sanktionen wenig Sinn macht. Aber die Europäer wollen die Iraner irgendwie bei Laune halten. Am Freitag kommt es dann zum Schwur beim Sondertreffen der EU-Außenminister. Stefan, danke nach Brüssel. Ja, und zum iranischen Vergeltungsschlag und den möglichen Folgen sendet das ZDF heute Abend auch ein Spezial und fragt Krieg im Nahen Osten um 19.20 Uhr. Wer daran zweifelt, dass Politik noch positiv überraschen kann, dem sei der Blick nach Österreich empfohlen, ohne die neue Regierung vor dem Abend loben zu wollen. Man muss den ungleichen Partnern zugestehen, sie haben das unmöglich geglaubte möglich gemacht. Konservativ und grün an einem Kabinettstisch, der zudem weiblicher besetzt ist als je zuvor. Unter anderem mit einer Ministerin, die in Bosnien geboren wurde. Die 33-jährige Alma Sadic führt seit gestern das Justizressort, was die ganz Rechten innerhalb wie außerhalb des Parlaments zu neuen Entgleisungen verleitet. Britta Hilbert. Es ist ein historischer Moment für Alma Sadic ganz persönlich, aber auch für ihr Land, Österreich. Mit diesem Handschlag des Bundespräsidenten ist sie die erste Justizministerin mit Migrationshintergrund, die jüngste je noch dazu. In Sebastian Kurz' Kabinett setzt die Wirtschaftsanwältin mit bosnischen Wurzeln damit einen neuen Ton. Es ist ein wunderschönes Zeichen. Ich glaube auch, es steht auch symbolisch für ganz viele Österreicherinnen und Österreicher, die in Österreich leben, für die das auch natürlich eine große Bedeutung hat, die auch sehen können, was alles möglich ist auch in Österreich. Als zehnjähriges Flüchtlingskind kam sie aus Bosnien, studierte hier Jura und wurde 2017 ins Parlament gewählt. Immer engagiert sie sich stark für Frauen und fordert keine Toleranz für Neonazis und Faschisten, auch unter diesem Twitter-Foto. Der Mann klagte dagegen, er habe nur Bekannten zugewinkt. Erstinstanzlich bekam er recht. Sadic schlägte Berufung ein, doch da ist der Shitstorm schon passiert. Eine kriminelle Muslime als Justizministerin fragt einer, obwohl das Verfahren nicht abgeschlossen und sie keiner Religion angehört. Es gibt sehr viele Hassnachrichten bis manchmal sogar Morddrohungen, aber man darf sie nicht unterkriegen lassen. Es ist ganz viel Unterstützung auch da. So viel, dass es sie auch überrascht. Als der grüne Parteitag die Koalition absegnen sollte, war der Beifall so groß, dass es sie zu Tränen blüht. Die grüne Basis erwartet aber auch viel von ihr. Im Koalitionsvertrag steht einiges, das ihr widerstrebt, wie Sicherungshaft für Asylbewerber. Sie soll garantieren, dass es verfassungskonform passiert. Schwieriges Thema. Ihre Mediationserfahrung als Anwältin kann dabei helfen. Natürlich nimmt man da einiges mit. Man hat einiges in der Verhandlungserfahrung und es macht einen Unterschied, ob man versucht zu schauen, wo sind die Interessen, wer braucht was, wo kann man sich gemeinsam finden. Der Glanz der alten K&K-Monarchie umgibt die Amtseinführung der jungen Ministerin Sadic. Mit dem Ministeriumsschlüssel kommt viel Arbeit. Die Justiz in Österreich ist chronisch unterfinanziert. Und der Finanzminister ist von der anderen der Kurzpartei. Alma Sadic muss zeigen, dass sie mit viel Druck von vielen Seiten umgehen kann. In unseren Spots wird heute gesportelt und gereinigt. Wer was macht, erzählt uns Jasmin Savoko. Auf Tauchstation in Venedig. Einmal im Monat befreien Freiwillige der Gondolieren-Vereinigung die trübe Kanalwelt vom Dreck. So gut sie können jedenfalls. Immer wieder aufs Neue befördern die Taucher Überbleibsel von Fahrzeugen oder Haushaltsmüll an die Oberfläche. Womöglich die neue Touristenattraktion? Lausanne wird jung und international. Zumindest für die Zeit der olympischen Jugendwinterspiele, die morgen offiziell beginnen. Die 15- bis 18-jährigen Athletinnen und Athleten sind bereits eingetrudelt. Zum ersten Mal in der Geschichte der olympischen Winterspiele sollen gleich viele Sportler wie Sportlerinnen an den Start gehen. Bis dahin heißt es aufwärmen. Sport, sprich ausgiebige Bewegung, ist ja das A und O, wenn Mann oder Frau Gewicht verlieren will. Gerade jetzt nach den üppigen Feiertagen eine Herausforderung, der sich viele mehr oder weniger erfolgreich stellen. Wer aber Erfolg haben will beim Abnehmen, muss sich auch richtig ernähren. Und jetzt kommt dieser Mann hier ins Spiel. Er heißt Thierry Marx, ist anders als sein Nachname vermuten lässt Franzose und betreibt neben Sternerestaurants auch Kochschulen. Marx geht es nämlich nicht nur um gesunde Ernährung, ihm geht es auch um eine gesunde Perspektive für junge Menschen, die sonst keine hätten. Konzentration für den letzten Schliff. Bis der Nachtisch so aussieht, hat Malik Sal ganz schön geschwitzt. Mango-Creme, keine leichte Kost. Das, das geht direkt auf die Hüften. Das Besondere in dieser Kochschule, hier kann sich jeder bewerben, egal was er vorher gemacht hat. Vom Schulabbrecher zum Sternekoch. Die Azubis in dieser Küche waren arbeitslos, Mathelehrer, Kellnerin oder Gabelstaplerfahrer wie Malik Sal. Ich habe in einem Transportunternehmen gearbeitet, aber das hat mich nicht ausgefüllt. Ich wollte wechseln und mir etwas suchen, das Spaß macht. Für die Azubis ist die Ausbildung kostenlos. Ob beruflicher Neustart, ob vorbestraft oder langzeitarbeitslos, bei der Bewerbung zählt nur die Motivation. Dem Gründer der Schule ist das besonders wichtig. Thierry Marx. Der Sternekoch eröffnet im Frühjahr ein weiteres Restaurant auf dem Eiffelturm. Er hat sich hochgekocht und seine Wurzeln nicht vergessen. Ich stamme selbst aus einem dieser Viertel, die heute sensibel genannt werden, aus eher ärmlichen Verhältnissen. Die Schule habe ich früh abgebrochen und hatte es danach schwer. Und genau deswegen will ich jetzt denen helfen, denen es ähnlich geht. 14 Kochschulen gibt es inzwischen, vor allem in Vorstädten mit hoher Arbeitslosigkeit und schlechter Verkehrsanbindung. Hier in Clichy-Soubois will auch Salimata Dabot die Chance nutzen. Sie hat zwei kleine Kinder und jobbte bisher als Kellnerin. Ich wollte etwas Neues lernen, möglichst schnell, ohne nochmal bei Null anzufangen. Diese Ausbildung hier ist kurz und effizient. Drei Monate und praxisnah. Das ist ungewöhnlich in Frankreich. Ausbildungsberufe haben hier einen schlechten Ruf. Über die Schule freut sich deshalb auch der Bürgermeister. In Frankreich neigen wir dazu, die handwerklichen Berufe herabzustufen. Dabei müssten wir sie viel mehr wertschätzen und klar machen, dass verschiedene Wege zum Erfolg führen, nicht nur die Universität. Darauf hoffen auch die Azubis. In der Branche fehlen Fachkräfte und mit dem Zertifikat der Kochschule finden laut Thierry Marx 95 Prozent einen Job. Malik Sal träumt davon, dann irgendwann ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Der Traum vom weißen Winter, der bleibt auch morgen unerfüllt im Norden und in der Mitte. Verbereitet Regen vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald bleibt es trocken. An den Alpen wird es sogar freundlich und das Ganze bei 6 bis 14 Grad. Und damit geben wir ab nach Rosenheim zu den gleichnamigen Cops. Europa morgen wieder. Bis dahin und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017